Ja, die Goldmünzen. Ich hab sie natürlich nicht angerührt. Wirklich nicht? Naja, ich hab sie schon angerührt, denn ich musste ja nachsehen, was in dem Sack drin ist. Aber dann haben Sie die Polizei verständigt. Ich hab den Sarg dahin geschoben, wo er hingehört und die Grube zugeschüttet. Was? Ich musste doch fertig werden, bevor es dunkel wird. Aber nachdem Sie fertig waren und es dunkel war, haben Sie die Polizei verständigt. Ja, ja natürlich. Gut. Nein. Was? Ich wollte es ja. Aber dann hörte ich, dass der Inspektor tot ist. Sie hätten es wenigstens Ihrem Onkel erzählen sollen. Ich weiß. Oder Ihrem Vater. Meinen Vater? Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich mal auszusprechen. Eher wandere ich unter die Erde, bevor ich noch ein Wort mit ihm wechsle. Ach, Gregor. Das sind dumme Worte. Ich meine es vollkommen ernst. Das glauben Sie nur. Ich meine es ist ja sehr schön. Ich Opportunier kann. Ich bin entspannt outside. Vielen Dank.